Zuerst fixieren wir das Brett mit Kallen. Solche kleinen tragbaren Sägewerke sind sehr praktisch. Der Schlitten mit dem Sägeblatt fährt auf dem Brett entlang und schneidet so eine gleichmäßige Fläche in den runden Stamm. Das war's schon. Sieht schön gleichmäßig aus. Das Brett dient noch bei drei weiteren Schnitten als Führung, bis ein viereckiger Pfosten entstanden ist. Frisch gesägt ist Holz vom eigenen Hof. Ein Geschenk der Natur. Ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich meinen eigenen Wald fürs Gehör frotzen kann. Wenn mir das verrückt vorkam, warte, bis ich die Hauswege einwege. Unheimlich, Feli, ne? Dieses komische Etwas hier, das sich so hin und her bewegt. College Fans. Am Ende des dritten Tages kündigt sich wieder schlechteres Wetter an. Die Männer müssen das Haus, das 1350 Kilo wiegt, anbieten. Mal.